Cassandra Winter – Der schottische Geist Rebecca Seifert wirkte ein wenig wie aus einer längst vergessenen Zeit. Sie saß unter einer großen, antiken Bahnhofsuhr auf einem kleinen Bahnhof, bei dem man für die Touristen versucht hatte, den Charme eines altenglischen Seebades einzufangen. Einen braunen Vintage-Koffer vor sich auf dem Boden abgestellt und ihren geliebten Paddington-Stoffbeeren neben sich auf der Bank sitzend, wirkte Rebecca, als sei dies alles nicht ihr Leben, sondern inszeniert für eine Sepia-Postkarte oder einen alten Hollywood-Film. Die Heldin, die sehnsüchtig darauf wartete, von ihrem Prinzen abgeholt zu werden. Es fehlten nur noch der Regen und ein großer Hut auf den langen, braunen Haaren und das Bild wäre perfekt gewesen. Rebecca wartete tatsächlich, doch nicht auf einen Prinzen, sondern auf Molly, die versprochen hatte, sie abzuholen. Nicht aus romantischen Gründen, sondern weil Molly glaubte, für Rebecca den idealen Job gefunden zu haben. Einen Job, den sie dringend brauchte, wollte sie sich nicht die Blöße geben und nach vier Jahren in England wieder zurück zu ihren Eltern nach Deutschland zu gehen, die sie mit nicht mehr als einem, haben wir es dir nicht gleich gesagt, am Flughafen begrüßen würden. Dort, wo sie herkam, verzieh man Träumer nicht so leicht, die ihre Finger nach Sternen ausstreckten und diese verfehlten. Unruhig warf Rebecca wieder einen Blick erst auf die schmale, lederne Armbanduhr und dann noch einmal aufs Smartphone. Die Zeit war nicht stehen geblieben, auch wenn es an diesem winzigen Bahnhof irgendwo in Somerset fast so wirkte. Rebecca rang mit sich. Sollte sie an sich selbst erinnern und Molly eine WhatsApp-Nachricht schreiben? Oder war das Verhalten typisch deutsch? Immer auf Pünktlichkeit beharrend und pedantisch. Ab wann würde eine Britin zum Smartphone greifen und mitteilen, dass sie bereits angekommen war? Sie entschied sich noch ein wenig länger zu warten und kramte aus den Tiefen ihrer Umhängetasche den Roman hervor, der sie schon mit zwölf Jahren von England hatte träumen lassen. Das Buch war so abgegriffen, dass man auf dem Cover kaum noch den Titel erkennen konnte. Pride and Prejudice von Jane Austen Ihre Tante Melanie, die Einzige, die sie in ihrer Familie verstand, hatte es ihr vor vielen Jahren zu Weihnachten auf Englisch geschenkt. Und Rebecca hatte sich mutig Seite um Seite durch die Vokabeln gekämpft, bis sie das Buch und damit auch die Liebesgeschichte rund um Lizzie und Darcy entschlüsselt hatte. Doch heute blieb Rebecca die Flucht in die Buchseiten verwehrt. Sie war viel zu aufgeregt, um sich konzentrieren zu können. Und so schlug sie nur das Buch auf, um nicht das traurige Bildnis einer Vergessenen abzugeben, bestellt und nicht abgeholt. Rebecca ließ ihre Gedanken schweifen, warf immer wieder verstohlene Blicke über dem Buchrand hinweg, auf der Suche nach dem blonden Locken von Molly. »Miss«, sprach sie plötzlich eine ältere Dame mit knittriger Stimme an. Rebecca erschrak so sehr, dass ihr beinahe das Buch zu Boden gefallen wäre, so wie Paddington, den sie nicht mehr vor dem Sturz hatte retten können, und der nun vom Platz neben ihr vornüber auf seine dicke Bärennase gefallen war. Die kleine Lady begann zu kichern, wobei die Falten in ihrem Gesicht noch tiefer wurden, die im starken Kontrast zu den jugendlich leuchtenden Augen standen. Behutsam hob sie den Bären auf, richtete seinen roten Hut und reichte ihn Rebecca. »Entweder Sie sind eine höchst bemerkenswert begabte junge Frau, oder Sie werden keine Freude an dem Buch haben.« Verständnislos sah Rebecca die Dame vor ihr an und drückte Paddington an ihre Brust. »Sie halten Ihr Buch verkehrt herum, Liebes. Da kann noch nicht einmal so ein armer peruanischer Bär ein Wort entschlüsseln.« Ein Blick auf die Buchseiten ließ Rebecca rot anlaufen. Tatsächlich, die Welt von Jane Austen stand buchstäblich Kopf. »So wie Sie es halten, müssen Sie aufpassen, dass Ihnen die Charaktere nicht rausfallen. Es ist so schwer, Sie wieder einzufangen und wieder in die Geschichte zu zwingen, wenn Sie erst einmal den Duft der Freiheit geschnuppert haben,« lachte die Frau. »Ich hätte nichts dagegen, wenn mir Mr. Darcy in den Schoß fallen würde,« entgegnete Rebecca mit einem Lächeln, endlich wieder daran erinnert, warum sie damals nach England aufgebrochen war. Sie hatte genau solche Menschen wie diese alte Dame treffen wollen. Doch in London hatte sie keine gefunden. Stattdessen waren dort nur Edwards Freunde gewesen, die sie behandelten, als wäre sie Luft, und an guten Tagen, als sei sie seine Privatsekretärin. Seit der Trennung fragte sie sich, ob sie nicht die ganze Zeit recht gehabt hatten. Während er mit seinen Freunden in Clubs ging, um Kontakte zu schaffen, hatte sie seine Arbeit gemacht. Sie hatte für ihn recherchiert und Interviews geführt, damit er dann ihre Aufzeichnung nahm und sie zu einem Text zusammenfügte, den er dann seinem Vater stolz präsentierte, der Chefredakteur bei der Zeitschrift L.S. & Art war, dem momentanen In-Magazin für britische Künstler. Aber meine Liebe, tadelte die Frau, wackelte dabei sogar wie in einem Comic mit dem Finger, sie wieder aus den Gedanken an Edward reißend. Lizzie und Mr. Darcy sind perfekt füreinander. Solche Liebespaare darf man niemals trennen. Die Worte Liebespaare und Trennen versetzten Rebecca einen schmerzhaften Stich. Nach allem, was er ihr angetan hatte, war alles, was sie immer noch wollte, zurück zu ihm zu kommen. Obwohl sie jetzt die Fehler in der Beziehung sah, die sie bis vor kurzem vor Liebe übersehen hatte, wollte sie am liebsten wieder die Frau an seiner Seite sein. Was nicht nur emotionale, sondern auch rein wirtschaftliche Gründe hatte. Denn plötzlich stand sie da, ohne Unterkunft, Geld und Arbeit. Als sie damals zu ihm nach London zog, hatte sie auf Sicherheit bestanden und Edward hatte ihr einen Verlobungsring an den Finger gesteckt. Ein von ihm gegebenes Versprechen, das sie nie eingefordert hatte. Sie war so unglaublich dumm gewesen. Immer wieder hatte sie sich von ihm vertrösten lassen, da es immer wichtigere Termine gab als den ihrer eigenen Hochzeit, bis sein Vater ihn schließlich fest einstellte, er eine richtige Assistentin bekam und gleich dazu eine langbeinige Französin namens Charlotte. »Sie werden auch schon noch Ihren Prinz Charming finden,« sagte die alte Lady mitfühlend, als sie den Schmerz in Rebeccas Augen bemerkte. »Ich bin frisch getrennt. Meine Lebensbilanz ist gerade grauenvoll. Es mangelt sogar an Menschen darin. Und ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich erst einmal lerne, auf eigenen Beinen zu stehen.« Edward hatte sie so beansprucht, dass sie nicht einmal mehr Freunde oder ein Hobby hatte. Genau aus diesem Grund versuchte sie es wieder mit dem Lesen ihres Lieblingsbuches. Irgendwann musste sich doch wieder das Gefühl von Geborgenheit einstellen, das sie sonst immer beim Lesen empfunden hatte. Die Frau seufzte, sah nach oben zum Himmel und zuckte dann mit den Schultern. »Niemand ist eine Insel. Das hat schon John Donne geschrieben, und der lebte im 17. Jahrhundert. In der Not braucht man Freunde, und keine Freude ist schön, wenn man sie nicht teilen kann.« Auf Rebeccas traurige Gesichtszüge stahl sich ein Lächeln zurück. Obwohl es klang wie ein Kalenderspruch, war sie für die Worte dankbar. »Lassen Sie es sich von einer alten Frau sagen, die weiß, wovon sie spricht. Wenn Sie eine Wunde immer wieder aufknibbeln, wird sie nie heilen. Aber wenn Sie sie in Ruhe lassen, dann stellen Sie eines Tages fest, dass unter der Verletzung die Haut nachgewachsen ist. Also hören Sie auf damit, Liebes, und stürzen Sie sich wieder ins Leben.« »Sehe ich so verzweifelt aus?« Anstatt einer Antwort sah die alte Lady sie nur mitfühlend an. Ein Zug fuhr ein, und als die Türen sich langsam öffneten, bekam sie noch den Ratschlag mit auf den Weg, nicht zu lange zu warten, denn es dauerte nur ein Wimpernschlag, und man sei plötzlich alt. Es waren lieb gemeinte Worte, aber sie setzten Rebeccas auch ein wenig unter Druck. Sie musste erst einmal heilen, wenn sie leben wollte, und bevor sie an die Zukunft dachte, brauchte sie ihm jetzt ein Dach über dem Kopf. Und genau deswegen wanderte ihr Blick wieder auf die Bahnhofsuhr. Noch immer kein Zeichen von Molly, und dabei war mittlerweile über eine Stunde vergangen. Niemand konnte sie jetzt noch »zu Deutsch« nennen, versuchte sie sich selbst zu überzeugen und schickte Molly eine Nachricht. Es war ein fröhlich getextetes »Ich bin angekommen« mit lachendem Smiley dahinter. Rebecca hatte sich jegliche Frage, wo Molly steckte und ob sie sie noch von ihr abholen würde, verkniffen. Beklommen wurde Rebecca wieder einmal klar, auf welch eine verrückte Aktion sie sich aus purer Verzweiflung eingelassen hatte. Sie hatte Molly vor drei Jahren im Stammclub von Edward kennengelernt, wo Molly eine Zeit lang kellnerte und nachdem sie den Job aufgegeben hatte, trotzdem fast zum Inventar gehörte, da einer der Barkeeper ihr Mitbewohner war und das für sie Drinks umsonst bedeutete. Als sie sich dann vor einem Jahr entschied, zu einem jungen Druiden nach Glastonbury zu ziehen, hatte sich der Kontakt verloren, vor allem weil Molly versuchte, auf Internet und Telefon zu verzichten. Nun hatte sie sich jedoch vor zwei Tagen gemeldet, schon längst wieder fest in der Hand von Smartphone und Computer. Ihre ehemaligen Mitbewohner hatten sie auf den neuesten Stand gebracht, was in Rebeccas Leben vorgefallen war. Du brauchst eine neue Wohnung und einen neuen Job. Molly hatte geklungen, als sei die Trennung ein Grund für Champagner und nicht für Kamelentee und Taschentücher. Und weißt du was? Ich habe beides für dich sogar schon gefunden. Für Rebeccas hatte Mollys Idee, sie besuchen zu kommen und nebenbei die Agentur kennenzulernen, für die sie arbeitete, verführerischer geklungen als Schokoladentorte. Mein Boss sucht hängendering noch jemanden, der die Recherche übernimmt. Du weißt schon, all das Zeug, das du immer für Edward gemacht hast, in Archiven stöbern, Leute aushorchen und Bücher wälzen. Du hättest, so wie ich, ein Zimmer im Haus der Agentur und meistens wird auch noch für Pizza oder Fischen Chips gesorgt. Du kannst also die Wohnung pünktlich räumen und wirst dieser Fröschin von Edward nicht einmal begegnen müssen, wenn sie aus Paris zurückkommt. Das Gehalt ist jetzt nicht der Renner, aber es reicht. Und je erfolgreicher die Agentur wird, desto mehr Geld fließt auch in deine Tasche. Wir sind noch im Aufbau, weißt du? Also, wie klingt das? Natürlich hatte es sehr gut geklungen. So gut, dass die Aussicht auf Job und Unterkunft vollkommen das noch nicht gesehene Kleingedruckte in den Hintergrund gedrängt hatte. Rebecca hatte nur noch zugehört und gehofft, dass das, wovon Molly voller Begeisterung erzählte, für sie wahr werden würde. Die wichtigsten Fragen waren ihr nicht einmal in den Sinn gekommen. Zum Beispiel, um welche Art von Agentur es sich handelte und was genau ihr Job sein würde. Weißt du was? Du packst jetzt deine sieben Sachen zusammen, kommst zu mir und dann lass mich nur machen. Glaub mir, wenn Julien dich sieht, dann wird er gleich erkennen, was für ein Potenzial in dir steckt und wie perfekt du für die Agentur bist. Er ändert dein Leben wie eine gute Fee im Märchen. Es war ihre letzte Chance und seit Molly ihr den Floh ins Ohr gesetzt hatte, betete sie, dass dieser mysteriöse Julien sich wirklich als ihre gute Fee erweisen würde. Sie konnte ein wenig Bibbidi-Bubbidi-Boo gut gebrauchen. Natürlich hatte Rebecca versucht, ein wenig mehr über den neuen Job herauszufinden, aber das Internet hatte sich als nicht sehr ergiebig erwiesen. Die Windfall Agency Website war noch under construction und Molly verweigerte jegliche Details. Rebecca hätte zwar, so wie sie es von Edward gelernt hatte, die Leute in der Nachbarschaft anrufen und ausfragen können, aber den Gedanken hatte sie sofort wieder verworfen. Ihr fehlte gerade die Energie dafür und zudem hätte es sicherlich keinen positiven Eindruck gemacht, egal wie fähig sie sich für den Job erwiesen hätte. Ein weiterer Zug fuhr ein und Leute bevölkerten langsam den Bahnhof. Nicht weit von hier war Talkway und wie es schien, zog der Wohnort von Agassar Christie vor allem ältere Generationen zum Sonnenbaden und Krimi-Lesen an. Anders konnte sie sich diesen Strom von Rentnern kaum erklären. Ihr Smartphone summte und zeigte eine Nachricht von Molly an. Rebecca fiel augenblicklich ein riesiger Stein vom Herzen. Sorry, habe dich vergessen, kann nicht kommen, schicke dir Parker. Kurz und bündig. Doch wer oder was war Parker? Wenigstens würde sie abgeholt werden. Molly ergänzte ihre Nachricht. Sie ist in circa 20 Minuten da, warte auf den Bahnsteig. 20 Minuten waren Zeit genug, eine Postkarte an ihren Bruder zu schreiben oder ein Eis zu essen, während sie die Menschen beobachtete. Stattdessen blieb sie sitzen und starrte wieder einmal auf ihre Hand hinunter, an der ihr Ring fehlte. Vier Jahre hatte Edwards Verlobungsring zu ihr gehört, war ihr ganzer Stolz gewesen. Und nun hatte er nicht einmal einen schmalen Streifen weißer Haut hinterlassen, weil sie zur Londoner Zeit kaum an der frischen Luft und an der Sonne gewesen war. Da ihr nichts aus dem Leben mit ihm blieb, an dem sie sich festhalten konnte, kam es ihr immer mehr vor, als habe sie die Beziehung nur geträumt. Es mussten einige Minuten vergangen sein, bis sie sich aus ihrer Trauer um das, was hätte sein sollen, und aus ihren Erinnerungen energisch riss. Die alte Dame hatte schon recht. Es war an der Zeit, ein neues Leben zu beginnen. Und wann würde der Zeitpunkt richtiger gewesen sein als jetzt? Sie war gerade dabei, ihre Körperhaltung zu verändern, um der Zukunft gestärkt entgegenzusehen, als sie hinter sich ihren Namen hörte. Rebecca sah sich um und legte ein freundliches Lächeln auf ihre Lippen. Das bin ich! Sie stand so hastig auf, dass sie gegen ihren eigenen Koffer stieß und Jane Austens berühmtestes Werk doch noch auf dem Boden landete. Parker stellte sich als eine Frau von vielleicht Ende sechzig heraus. Doch sie wirkte keinesfalls wie die alte Lady von vorhin. Zu sagen, sie sei für ihr Alter noch sehr attraktiv, wäre von ihr vermutlich nicht gut aufgenommen worden. Denn obwohl sie zweifellos mit ihrem grauen, aufgesteckten Haar, den wachen, blauen Augen und dem eleganten Äußeren bemerkenswert gut aussah, schien Parker direkt aus dem Land ihrer Albträume zu stammen. Sie wirkte wie die Vorlage einer strengen Lehrerin oder einer höllischen Schwiegermutter. Alleine ihr Anblick reichte aus, dass Rebecca sich so unbehaglich fühlte, als habe sie ihre Aufgaben nicht sorgfältig erledigt. Hoffentlich war sie nicht die Mutter dieses Julian oder seine Ehefrau. Jemanden wie sie wollte man nicht als Chefin haben, erlaubte sie sicher nicht einmal einem Grashalm in ihrem Garten anders zu wachsen, als sie es wollte. Der Blick von Parker musterte sie. Die Verspätung tut mir sehr leid. Ich wurde eben erst in Kenntnis gesetzt, dass es mir oblag, sie abzuholen. Ich bitte um Verzeihung. Mein Name ist Mrs. Parker. Aber tun Sie sich keinen Zwang an und lassen Sie das Mrs. weg, wie jeder andere auch. Dass man das Mrs. weglassen konnte, machte die Situation keinesfalls entspannter für Rebecca. Es klang in ihren Ohren eher wie Highlander, es kann nur einen geben. Sie können mich Rebecca oder Becky nennen, sagte Rebecca leise, die Stimme eine Oktave höher als gewöhnlich. Molly hatte gemeint, dass man bei ihr in der Agentur auf Ungezwungenheit Wert legte und Rebecca versuchte sich, ein Beispiel an Mollys Art zu nehmen. Parker nickte nur und es wirkte auf Rebecca fast schon abwertend, als habe sie nichts anderes von ihr erwartet. Frei nach dem Motto Barbie bleibt Barbie, auch wenn sie braune Haare hat. Stumm wies Parker auf das Gepäck und als Rebecca nickte, machte sie sich gleich daran, beides an sich zu nehmen. Sogar Jane Austen hatte sie vom Boden aufgehoben, während sie selber noch gar nicht recht begriff, was geschah. Rebecca war es peinlich, glaubte sie damit, bei Parker in einer Schublade gelandet zu sein, in der sie nicht stecken wollte. Warten Sie, protestierte Rebecca. Das konnte sie keinesfalls zulassen. Alles in ihr begann sich zu sträuben. Niemals würde sie sich verzeihen können, wenn Parker über etwas stolperte, sie verhob oder unter dem Gepäck begraben würde. Das nehme ich schon. Sie müssen nichts für mich tragen. Wirklich nicht. Trauen Sie mir etwa nicht zu, dass ich Ihre Wertsachen sicher bis zum Auto transportieren kann? Parker war für Rebecca einen herausfordernden Seitenblick zu. Haben Sie Angst, ich könnte wie ein Affe in einem indischen Tempel mit Koffer und Tasche die Regenrinne hoch und über die Dächer hinweg im Wald verschwinden? Ich wäre tief beeindruckt, wenn Sie das tun würden. Parkers eiserne Maske begann zu bröckeln. Ihr linker Mundwinkel verriet sie, war er doch verräterisch eine Spur nach oben gezuckt. Rebecca streckte die Hand aus, um Parker wenigstens den schweren Koffer abzunehmen, ließ sie dann aber wieder sinken. Dieser resoluten Frau schien ihre Würde heilig zu sein, und sie wollte sie ihr keinesfalls nehmen. Menschenmengen machen mich immer ganz hektisch, erklärte Parker unerwartet, und Rebecca wertete es als Entschuldigung für ihr unterkühltes Verhalten. Und wenn diese Mengen dann auch noch aus Rentnern bestehen, ist es besonders schlimm. Ich habe Angst, dass wenn ich zu lange bei ihnen herumstehe, ihre Art zu leben mich befallen könnte wie ein Grippevirus. Dann will ich auch Spitzendeckchen und verstehe plötzlich meinen eigenen Computer nicht mehr. In Rebecca's Vorstellung passten Parker und Computer nicht zusammen. Noch immer herrschten bei ihr die Vorurteile aus der Kindheit vor, dass alte Leute auch alt zu sein hatten. Eine Überlegung, die wahrscheinlich besser unerwähnt blieb, wenn man bei Parker nicht auf die Feindesliste rutschen wollte. Ich habe gleich dort vorne geparkt. Seit mein Mann vor zwei Jahren verstorben ist, bekomme ich immer die besten Parkplätze. Zu Lebzeiten hat er sich immer geärgert, wenn er nicht direkt vor der Tür parken konnte. Ich glaube, es ist nun seine Rache an allen anderen Autofahrern, dass er seine Schutzengel-Energien einsetzen kann, um mir die besten Parkplätze zu sichern und manchmal nehme ich sogar gleich zwei in Anspruch, um meinem verstorbenen Mann eine Freude zu bereiten. Parker zwinkerte ihr tatsächlich zu und Rebecca merkte augenblicklich, wie sie sich entspannte. Der erste Eindruck konnte also doch täuschen. Parker führte sie zu einem schwarzen Jeep, der diesmal ganz gesittet nur einen Parkplatz einnahm. Sie und ihr Bärchen können gerne den Rücksitz einnehmen, denn der Beifahrersitz ist schon besetzt von meiner Bulldogge Queenie. Parker hatte das Gefühl, dass sie Rebecca schon in- und auswendig kannte. Molly hatte in den letzten Tagen über nichts anderes gesprochen und sie angepriesen wie ein goldenes Kalb. Perfekt für Recherche, clever und arbeitssam, ja, so sollte Rebecca sein. Einschätzungen, die Parkers ersten Eindruck standhielten, aber dennoch war sie sich nicht sicher bei dem Mädchen. Rebecca war sehr nervös, schreckhaft und wirkte ängstlich. Sollte es eine Eigenschaft von ihr sein und nicht nur eine vorübergehende Erscheinung, würde sie ebenso kurz bei ihnen bleiben wie all die anderen Bücherwürmer, die sich bereits beworben hatten. Immer wieder sah das Mädchen sich um, änderte ihre Position, um dann wieder auf ihre Hände zu sehen, stumm und gefangen in ihrem Leiden. Als sich während einer Kurve zum wiederholten Mal die Finger des Mädchens krampfhaft in den Sitz krallten, bot Parker an, sie in mehr als einer Hinsicht zu erlösen, indem sie fragte, ob ihr der Fahrstil zu rasant sei. Geht schon, versicherte das Mädchen tapfer. Sie war eine erbärmliche Lügnerin und Parker nahm den Fuß vorm Gaspedal. Die meisten glauben, ich hätte meinen Führerschein auf der Rennstrecke in Silverstone gemacht. Glauben Sie mir, meine kleine, gestandene Männer weigern sich in einem Auto mitzufahren, das ich lenke. Statt das Gespräch weiterzuführen, verebbte es an Rebeccas Nachdenklichkeit. Das Mädchen schien abwesend, als würde sie nach etwas suchen, das ihr verloren gegangen war und von dem sie selbst nicht hätte sagen können, was es war. Sie kannte diesen Blick von ihrer Tochter, kurz bevor sie beschlossen hatte, in die Staaten zu gehen, um sich selbst zu finden. Bonbon, versuchte Parker erneut ein Gespräch aufzubauen und holte aus dem Handschuhfach eine kleine Dose, die mit Bildern von Stonehenge beklebt war. Queenies Kopf folgte einer Königin würdig interessiert, aber nicht gierig, den Menschenleckerchen. Rebecca, Sie haben die freie Wahl. Himbeere, Kaffeesahne, Zitrone oder Cola. Die Drops sind noch übrig von Mollies letztem Verehrer. Er stellte Bonbons bei Vollmond her und stellte sie dann in einen Kreis von Postkarten aus Stonehenge, um sie mit der heilenden Energie der Steine aufzuladen. Wenn Sie daran glauben, könnte Ihnen das vielleicht gut tun und Ihre Magenschmerzen lindern, ansonsten bleibt Ihnen immer noch der Trost, den Zucker spenden kann. Statt jedoch eine Geschmacksrichtung zu nennen, kreischte Rebecca plötzlich auf und wies mit panisch aufgerissenen Augen auf die Straße. Erschrocken riss Parker das Steuer herum und fädelte sich haarscharf hinter einem LKW ein, den sie jedoch schon längst hatte kommen sehen. Nur dank äußerster Geschicklichkeit blieben die Drops in der Dose und verteilten sich nicht überall im Wagen. Das Manöver wäre reibungslos verlaufen, doch nun schlug ihr das Herz bis zum Hals. Selbst Queenie, die sonst immer ruhig blieb beim Autofahren, warf ihrem Frauchen einen vorwurfsvollen Blick zu und grollte. Machen Sie das nie wieder! Ihr Geschrei hätte den Unfall fast bewirkt und nicht verhindert. Parker brauchte einen Moment, um sich von dem Schreck zu erholen und sich zu ermahnen, freundlich mit dem Mädchen umzugehen. Parker war an sich keine unfreundliche Person. Sie war nur einfach nicht großzügig im Verteilen von Sympathien. Jeder, der sie kannte, wusste, dass sich unter ihrer rauen Schale ein mitfühlendes Herz versteckte. Doch dieses zu zeigen fiel ihr schwer. Für Rebecca machte sie eine Ausnahme und fühlte sich wie eine schlechte Schauspielerin. Wollten Sie jetzt ein Bonbon oder nicht? Sie klang immer noch ärgerlicher, als sie war. Artig nickte das Mädchen und griff wahllos eines heraus, als Parker die Dose nach hinten reichte. Parker traute Rebecca durchaus zu, dass sie auch eines genommen hätte, wenn sie Bonbons hasste, nur um sie nicht vor den Kopf zu stoßen. Für Parker war das kein positiver Charakterzug, aber einer, den man den Menschen austreiben konnte, sobald man ihnen das Selbstbewusstsein stärkte. Wenn Ihnen das hier schon zu schnell vorkommt, dann sollten Sie mich bei Mario Kart an der Wii sehen. Da werfe ich bei dieser Geschwindigkeit auch noch mit Bananenschalen und Schildkrötenpanzern. Es war ein letzter Versuch, das Eis zu brechen. Parker lachte kurz auf, in der Hoffnung, es würde Rebecca das Gefühl geben, sich öffnen zu können. Haben Sie schon einmal mit der Wii gespielt? Nur zugesehen. Parker nickte. Genau so sah das Mädchen aus, wie jemand, der am Spielfeldrand steht und das nicht nur im Sport, sondern auch ganz allgemein im Leben. Aber ich kenne das Spiel, mein Bruder hatte es auf seinem Super Nintendo. Letztes Weihnachten war ich bei meiner Familie in den Staaten. Meine zwei Enkel, Tim und Teddy, haben den ganzen Tag mit ihrer Wii gespielt und als ich mitspielen wollte, erklärten sie schlicht, ich sei zu alt dafür. Also habe ich mir abends, als sie im Bett waren, das Spiel von meinem Schwiegersohn erklären lassen und bin dann die halbe Nacht Runde um Runde gefahren. Am nächsten Tag wussten meine zwei Jungs gar nicht mehr, wie ihnen geschah, als ich einen Pokal nach dem anderen gewann. Dürfte ich Ihnen eine Frage stellen? Es war eine Frage, die Rebecca auf der Seele brannte und was immer es war, Parker hoffte, dass es sie so gequält hatte, dass die Schweigsamkeit daher rührte. Immer nur zu. Verschämt drehte sie das Bonbon in den Fingern. Um was für eine Art Agentur handelt es sich eigentlich? Molly hat jegliche Auskünfte verweigert und im Internet war nicht zu finden. Hätten sie heute einen Blick ins Internet geworfen, müssten sie die Frage nicht mehr stellen. Denn seit gestern Abend sind wir endlich online, inklusive Facebook, Twitter und Instagram-Account. Parker sah Rebecca fest über den Rückspiegel an. Es ist eine Geisterjäger-Agentur, Liebes. Rebecca wartete darauf, dass Parker lachte oder sonst wie zu erkennen gab, dass es sich um einen Scherz handelte. Ich habe mich doch nicht verhört, oder? Sie sagten gerade wirklich, dass es sich um eine Geisterjäger-Agentur handelt? Geisterjäger-Agentur Hießen die eigentlich auch Psi-Experten? Hangelte Rebecca nach einem Begriff, den sie in Dokus über unerklärliche Phänomene aufgeschnappt hatte. Doch das Wort Geisterjäger ließ an Lagerfeuer denken, gruselige Spukorte, Bill Murray, polterne Geister und all die Bücher, die Rebecca so sehr als Kind geliebt hatte. Mit der Taschenlampe unter der Bettdecke hatte sie von spukenden Piraten oder geisterhaften Gestalten in Spiegeln gelesen. Es klang jedenfalls nicht nach Arbeit und auch nicht nach regelmäßigen Lohn. Oh, was hatte Molly da nur wieder angeleiert. Parker seufzte schwer und schien äußerst unwillig zu sein, noch mehr über die Agentur preiszugeben. Ich glaube, sie brauchen dennoch ein paar Informationen, bevor sie auf den Chef Lord Windfall treffen. Das wäre sehr nett, antwortete Rebecca mechanisch. Die Agentur ist, wie sie sich denken können, noch blutjung. Gerade erst seit einem Monat annonciert Julian, das ist Lord Windfall, in den Zeitungen und bisher hatten wir gerade einmal vier Aufträge, die allesamt recht fragwürdiger Natur waren, bei denen sich jedoch herausstellte, dass niemand gerne recherchiert. Die Mädchen, die sich deswegen bei uns vorstellten, waren zwar echte Blaustrümpfe, aber passten leider so gar nicht zu dem Rest des Teams. Molly kam jetzt auf die Idee, dass sie die richtige Person seien, um in die Liga der außergewöhnlichen Geisterjäger aufgenommen zu werden. In Rebeccas Gedanken nahm ein bizarrer Lord Form an, mit Schnäuzer, Monokel und Tweetanzug. Glaubt der Lord denn wirklich an Geister? Für einen Exzentriker konnte sie sich vorstellen zu arbeiten, nicht aber für jemanden, der den Menschen nur das Geld aus der Tasche zog. Wissen Sie, ich glaube, er will an Geister glauben. Schon als Kind hat er einen Führer über die Gespenster der UK besonders geliebt und alles notiert, was auf dem Landsitz passierte, immer auf der Suche nach einem Beweis für Übernatürliches. Seine Eltern sind früh gestorben und dann vor zweieinhalb Jahren auch sein Bruder David und Ehefrau. Wenn ein Geist vor ihm erscheint, könnte er vielleicht wagen zu hoffen, dass nicht alles nach dem Tod vorbei ist. Rebeccas fühlte sich schlecht, weil sie überhaupt danach gefragt hatte, denn sie merkte, wie sich in Parkers Stimme eine tiefe Traurigkeit eingeschlichen hatte. Als dann der alte Lord Winford starb, ein sehr unangenehmer und strenger Mann, verfügte Julian über genügend Geld, um die Geistersuche professioneller betreiben zu können. Wie kann ich mir die Arbeit vorstellen? So wie bei den Ghostbusters? Mit Schutz-Overalls und diesen komischen Maschinen auf dem Rücken? Oh, sie wünschten, dass sie so cool wären, aber stellen sie es sich ja nicht zu pompös vor. Wie gesagt, die Jungs und Mordi stehen erst am Anfang und noch hat niemand eine Ahnung, ob es wirklich mehr zwischen Himmel und Erde gibt. Parker wies auf den Anfang einer alten Steinmauer, die schon an einigen Stellen bröckelte und in deren Zwischenräume es sich moosgemütlich machte. Da vorne ist Postley House, hier würden sie leben, wenn sie bei uns bleiben. Rebecca wurde auf ihrem Sitz unruhig. In ihrem Magen brach wieder einmal ein ganzer Schwarm von Bienen aus und das Vibrieren, das von ihrem Summen ausging, ließ ihre Knie weicher werden und die Finger zittern. Ein Kloß steckte in ihrer Kehle und sie schluckte schwer, um ihn zu vertreiben, doch es half nichts. Sie war mittlerweile ebenso nervös wie damals, als sie zum ersten Date mit Edward gegangen war. Mit flatternden Fingern fuhr sie sich durch die Haare. Und es seien, dass Postley ein echter englischer Landsitz war, vielleicht sogar noch mit Rosen, Blauregen und Efeu bewachsen? Das große, schmiedeeiserne Tor stand weit offen und hing an der einen Seite etwas schief in den Angeln. Der erste Eindruck war verwunschen, aber keineswegs prunkvoll. Niemand könnte vermuten, dass hinter all diesen Bröckeln Scham Geld stecken sollte. Wie ein Kind auf dem Weg ins Disneyland sah Rebecca mit kugelrunden braunen Augen aus dem Fenster. Sie konnte sich nicht satt sehen an dem, was ihr das Leben gerade bot. Sie bogen auf einen schmalen Weg ein, der von ausufernden Sträuchern gesäumt wurde. Und dahinter lag die einstige Rasenfläche, die nun jedoch im Triumph der Zurückeroberung durch die Natur wieder in eine Wildblumenwiese verwandelt worden war. Um die alten, knorrigen Bäume schlangen sich dicke Efeuranken in tödlicher Umarmung. Wie lange hatte dieser Garten wohl schon keinen Gärtner mehr gesehen? Wenn man irgendwo an Gespenster glauben konnte, dann hier. Sie werden doch wohl nicht Reiß ausnehmen wollen beim Anblick des desolaten Zustandes, fragte Parker, aber um ihre Augen malten sich zarte Linien ab. Sie wusste genau, dass Rebecca verliebt war. Postley ist wie die Agentur und die Geisterjagd dem jungen Lord eine Herzensangelegenheit. Ich weiß, es sieht aus, als wäre eine Anstellung hier auf Sand gebaut, doch Sie können mir glauben, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass ihr Gehalt nicht pünktlich bezahlt wird. Parker fuhr nun im Schneckentempo, damit Rebecca die Auffahrt genießen konnte, mit der linken Hand Queenie Specknacken kraulend. Der Weg mündete in einen runden Platz, in dessen Mitte ein steinernder Springbrunnen stand. Eine Putte mit abgeplatzter Nase und mit von Grün Spahn verfärbter Haut hatte sicherlich schon Jahrzehnte kein Wasser mehr aus ihrer rissigen und teilweise gesprungenem Vase laufen lassen. Postley selbst war riesig und aus grauem Kalkstein erbaut worden. Efeu und Blauregen wucherten an der Fassade empor und streckten ihre grünen Finger dem Himmel entgegen. Selbst eine Träumerin wie Rebecca musste einsehen, dass es hier noch viel zu tun gab, ehe dieses Haus wieder erstrahlte, wie zu seinen Glanzzeiten, die es sicherlich erlebt hatte. Doch sah sie das Haus mit den gleichen Augen an, wie sie schon so oft Colin Firth als Mr. Darcy hatte den Brunnen entsteigen sehen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Wenn dieses Haus sprechen könnte, welche Geschichten hätte es dann wohl zu erzählen? Hatten hier Könige Rast gemacht und an den kühlen Tropfen aus dem Weinkeller ihren Durst gelöscht? Wie viel Freude, Leid und Romanzen fanden hier statt. Manche Menschen bekamen das Gefühl, ganz klein zu sein, wenn sie ins All sahen oder vor Bergen standen. Rebecca wurde immer bewusst, wie klein und unbedeutend sie war, wenn sie vor alten Gebäuden stand. So viele Menschenleben waren an Postley House vorbeigezogen, und doch stand dieses von Menschenhand erschaffene Haus noch immer. So heruntergekommen Postley wirkte, der große Land Rover davor war nagelneu. Die Heckklappe war geöffnet, und davor türmten sich Taschen, Koffer und Seemannssäcke. Irgendjemand schien verreisen zu wollen. Parker stellte den Wagen etwas abseits ab und stieg, ohne Zeit zu verlieren, aus. Hektisch folgte Rebecca ihr und entschied, dass es vielleicht besser war, den Bären zunächst auf dem Rücksitz zu lassen. Während Parker schon ums Auto herumgeeilt war, um den schnaufenden Kollos von einem Hund aus dem Wagen zu holen, schickte Rebecca ein Stoßgebet gen Himmel, an welchen Gott auch immer das alles gut gehen möge. Queenie kam auf sie verblüffend schnell zugestürzt. Rebecca war zwar mit Hunden aufgewachsen, doch nun diese Bulldogger auf sich zulaufen zu sehen, war schon etwas anderes als der Labrador-Mix ihrer besten Freundin oder der Malteser ihrer Mutter. Sie widerstand dem Drang, zurückzuschrecken und hielt mutig die Hand zum Beschnüffeln hin, Augenkontakt vermeidend. Parker holte aus ihrer Handtasche einen Hundekeks und reichte ihn an Rebecca weiter. Queenie ist bestechlich mit Gebäck, keine Angst, sie ist ganz vorsichtig. Sie sieht zwar aus wie eine echte Kampfmaschine, aber bisher ringt sie nur mit dem alten Skateboard von Julian. Rebecca zögerte trotzdem einen Moment, doch Queenie setzte sich, kaum dass sie den Keks gesehen hatte, brav auf ihren massigen Hintern und legte den Kopf schief, wobei eine Läfze schauderhaft hässlich herunterhing und die unteren in Zähne entblößt wurden. Schön war etwas anderes, aber Rebecca musste bei diesem liebenswerten Anblick lächeln. Langsam reichte sie Queenie den Keks und tatsächlich nahm der Hund vorsichtig das Leckerli an und zermalmte es dann mit genießerischer Miene. Sie erinnert mich an Churchill, wagte Rebecca zu sagen. Ich mochte Churchill. Er wollte Farmer werden und scheiterte an seiner Tierliebe, bekannte Parker und wies dann auf Queenie. Rebecca, sie haben gerade eine Freundin fürs Leben gewonnen. Rebecca strahlte. Hundefreunde konnte man eigentlich nie genug haben. Wieder etwas, worauf sie in London aus Liebe verzichtet hatte. Parker wies auf etwas hinter Rebecca. Und dort kommt schon Lord Windfall. Ganz langsam drehte Rebecca sich um, in Erwartung jemanden zu sehen, der starke Ähnlichkeit hatte mit Hugh Bonneville aus Downton Abbey. Ihre Vorstellungen kreisten um Tweed und einen treuen Labrador an seiner Seite. Doch der wahre Lord Windfall war von Rebecca's BBC-Serien- Vorstellung meilenweit entfernt. Hätte Parker ihr nicht höchst persönlich gesagt, dass dies der Herr von Postley war, Rebecca wäre garantiert nicht von selbst darauf gekommen. Julian Windfall war ein Bär von einem Mann, hochgewachsen, mit breiten Schultern, sowie muskulösen Oberarmen und einem markanten Gesicht, das mehr an einen Krieger erinnerte als an den britischen Adel. Mit einer Hand fuhr er sich durch das feuchte braune Haar und dann nachdenklich über den Dreitagebart, als er mit sichtlich ratlosem Blick und gefurchter Denkerstirn den Koffer und Taschenberg ansah. »Julian«, rief Parker und machte damit auf sie beide aufmerksam, »hier ist das Mädchen, von dem Molly so geschwärmt hat.« Julian sah auf und sofort legte sich um seinen Mund ein schräges Piratenlächeln. Wie ein stolzer Anführer einer Herde Säbel schwingender Freibeuter legte er seine Hände in die Hüften und sah sie an, als würde er ihr gleich zurufen, »Na, worauf wartest du? Komm an Deck und dann segeln wir in ein neues Abenteuer.« Parker und Queenie schickten sich an, ins Haus zu gehen und Rebecca hätte ihnen so gern nachgerufen, dass sie bitte bleiben sollten. Nervös fuhr sie mit der Hand am Band ihrer Umhängetasche entlang. »Molly hat uns schon viel von dir und deiner Situation erzählt«, sagte Julia mit rauer Stimme zur Begrüßung. »Du brauchst also dringend Job und Unterkunft?« Rebecca war unwohl bei so viel Direktheit. Sie war von Edward daran gewöhnt, dass man sich im Umgang mit Fremden sehr viel Zeit für sprachliche Umwege nahm, bevor man an den Punkt gelangte, zu dem man schon am Anfang hatte kommen wollen. Dieses Höfliche Umhertänzeln schien Julia fremd zu sein. Rebecca wollte sprechen, doch der Kloß in ihrer Kehle verhinderte, dass auch nur ein Wort über ihre Zunge rollte. Stattdessen nickte sie. »Gut, ich war schon immer ein Verfechter davon, jemand in extremen Situationen kennenzulernen. Also, wie sieht es aus? Hatte Molly dir gesagt, dass ich gerne ein paar Probetage mit dir hätte, um zu sehen, ob die Chemie stimmt?« Extreme Situation, alle Alarmglocken halten, klingeln sollen, doch seltsamerweise begann Rebecca sich zu entspannen. Je länger sie in das nun in Nahaufnahme doch freundliche und offene Gesicht von Julian sah, er hatte eine merkwürdige Ausstrahlung. Vermutlich war es das Leuchten von Begeisterung im Blick, das einfach ansteckend wirkte. Molly meinte, ich sollte mindestens bis Montag bleiben, also habe ich für sechs Tage gepackt, sagte Rebecca nun schüchtern, ein wenig überrumpelt von allem und noch zu geschockt, um tatsächlich den Duft von Abenteuern zu genießen, der sie bereits umwehte. »Perfekt, deine Sachen können wir dann gleich in diesen Wagen umpacken, es geht nämlich auf nach Schottland. Wie klingt das?« freute sich Julian und klatschte laut in die Hände. Schottland klang überraschend, merkwürdig, voller Risiken, zumindest nicht so, als wenn sich ein gutes Mädchen darauf einlassen sollte. Doch wo hatten sie die guten Jahre hingebracht, in denen sie sich immer so verhalten hatte, wie man es von ihr erwartete? All die Jahre, ob es erst ihren Eltern, Lehrern und Freundinnen und dann Edward auch recht war. »Das klingt ehrlich gesagt fantastisch«, rief Rebecca begeistert aus und strahlte Julian an, wobei ihr Herz zu rasen begann. Sie war verrückt, übergeschnappt und es fühlte sich so unfassbar gut an. Dies war das Gefühl, aus dem Träume gewoben wurden. »Du hast uns auf Anhieb Glück gebracht. Heute Morgen kam unser erster Auftrag rein. Ich meine, unser erster richtig großer Auftrag. Juliens Augen weiteten sich voller Verzückung angesichts der Dinge, die er auf sich zukommen sah. Julian wirkte wie ein achtjähriger Junge, der zwischen all den Weihnachtsgeschenken den Hundewelpen entdeckt, den er sich so sehr gewünscht hatte. »Stell es dir vor, eine schaurige, schottische Burg, ein verängstigter Amerikaner und ein Gespenst. Ich noch in der Bibliothek einen mysteriösen Blutfleck haben, bin ich selig. schottische